Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich möchte mir jetzt von meinem Liebstöckel, Magikraut wird es ja auch genannt, möchte ich ein paar Stiele abschneiden, möchte mir die dann ein bisschen was eingefrieren und auch ein bisschen was trocknen. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen wegen dem Schneiden, weil manche machen das nicht richtig, nicht richtig hört sich blöd an, aber es ist tatsächlich so, manche schneiden das falsch und dann wächst das nicht mehr richtig nach und ich zeig das am besten einmal. So, man sieht hier bei den, jetzt muss ich von da her gehen, wo sie raus wachsen, da sieht man es jetzt am allerbesten. Da, wenn ich jetzt einen abschneide oder beziehungsweise ich fange anders an, was ich schon gesehen habe, manche schneiden das einfach hier ab und das ist verkehrt. Da schneidet man wieder die jungen Triebe beziehungsweise das Herz ab. Ich nehme immer von dem Liebstöckel den äußersten kräftigen Stiel, das ist also der jetzt hier, der da, und den kann ich dann schon unten abschneiden. So, mhm, toll riecht das. So, und da euch jetzt mehr, ach ja, und dann sieht man da, ja, 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 da treibt er auch wieder aus, da kommt schon wieder ein Blatt. Also das muss man alles stehen lassen und ich schneide auch jetzt das nicht weg, damit ich das nicht zu sehr schwäche. Das lasse ich jetzt einmal stehen. Hier, der nächste Stiel, also das sind drei, das bleibt das in der Mitte stehen, das weiter wächst. Das lasse ich auch noch ein bisschen stehen. Dann nehme ich da wieder den kräftigsten und schneiden einfach, dass ihr das seht, schneiden einfach da unten ab. Ich hoffe, das sieht man. Also immer nur den kräftigsten, die anderen stehen lassen, wieder wachsen lassen und dann kann man wieder ernten. Und wie gesagt, nicht ganz unten, weil sonst schneidet man ja auch dann das, was raus treibt, das schneidet man ja alles mit ab. So, das mache ich jetzt einmal überall, weil ich eben, wie gesagt, ein bisschen was einfrieren möchte und ein bisschen was trocknen schon. Schön. Magikraut heißt es ja deshalb so, weil das nach Magi riecht. Ich selber habe in meinem Haushalt überhaupt keine Magi mehr, weil ich nehme nur noch das Magikraut, entweder im Winter, entweder gefroren oder getrocknet, je nachdem, was ich gerade mache. Das sage ich dann später. Und jetzt, wenn es frisch ist, gebe ich das unheimlich gerne in Salat, in frischen Salat mit rein, weil ich mache den Geschmack einfach. Man darf nur nicht zu viel reingeben, dass es nur nach Magi schmeckt. Das ist klar. Also es ist noch keine große Ernte, weil ich, der muss wieder nachwachsen. Er wächst eigentlich, ich weiß nicht, ich habe den schon ein paar Mal umgepflanzt, aber irgendwie fällt es nirgends. Das ist jetzt der einzige Platz, wo wirklich einmal, wo er wirklich ganz schön wächst. Aber wenn ich von manchen lese oder wenn wir die schreiben, die schreiben, dass sie oft einen meterhohen Liebstöckelstock haben, also das wünsche ich mir auch. Ja, ich muss halt weiter experimentieren wegen dem Platz. Den wasche ich jetzt und dann geht es ans Eingefrieren. Ja, für den Salat heute Abend brauchen wir auch ein bisschen was. Braucht man nicht viel, da reicht das so, für eine Schüssel, da reicht so ein kleines Stückchen. Weil der Geschmack ist unheimlich intensiv. Es gibt aber auch Leute, die mögen das nicht. Aber komischerweise mag ich das künstliche Zeug, das mögst dann schon. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Aber naja, ist so. Gut, das war es dann mit dem Ernten erst einmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wer mich unterstützen will, kann hier klicken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmonie.